Dementsprechend sind wir auch recht auf die Natur, dass sie vom Lesen sind. 24.12. Heute ist Weihnachten. Wir waren nach der Kirsche im Krankenhaus. Meine Oma hat sich gefreut. Wir haben Kaffee getrunken. Als wir wieder gegangen sind, hat meine Oma geweint. Opa hat sie getrüchtet. Ich habe die ganze Zeit geweint und zu Hause habe ich auch geweint. Dann haben wir Geschenke ausgepackt und wir waren ein Tagebuch und eine Packung Gehstifte und eine Kopflampe drin. Ich habe bei Opa geschlafen. Wir haben noch Fernsehen geguckt. Dann haben wir geschlafen. Ich habe in Omas Bett geschlafen und klein Susi hat bei Opa geschlafen. Ein Jahr Pause. Dann haben wir eine Hälfte von einer Postgeschichte gehört und dann haben wir eine Hälfte von einer Postgeschichte gehört. Dann haben wir ein Blatt von der Geschichte aufgegriffen. Am Nachmittag war ich und Mama beim Kommunionunterricht, weil ich die Missiatikommunion gehe bis zum Morgen. 11.03.03. Man weiß es nicht. Liebes Tagebuch. Heute in der Schule haben wir den Mathe-Test zurückbekommen. Ich hatte eine Drei-Minus. Ich finde die Note gut. Am Nachmittag hatte ich den Kommunionunterricht. Das war toll bis dann. 12.03. In der Schule haben wir von Svens Klassenlehrerin erfahren, dass wir wieder anders zur Schule haben, weil Frau Peter am Zahn aufblüht wird. Ein Eintrag, den ich am 14.03.03 geschrieben habe und nicht zu Ende geführt habe, ist ganz kurz. Das heißt, Liebes Tagebuch heute in der Schule, in Rallye, hat es Spaß gemacht bis dann. Total wichtig. Es fängt immer an. In der Schule hat es Spaß gemacht, weil wir hitzefrei hatten. Am Nachmittag kam ich. Viel Carrera-Bahn gefahren und ich war gut. Das war's bis morgen. 14.06.03. Schmeckt's. Das war toll. Danach sind wir zu Petra nach Hause und haben Kaffee getrunken. Abend gegessen haben wir bei Erna. Nun haben wir gespielt. Liebes Tagebuch, 9.01. Heute sind wir nach Hause gefahren. Zu Hause sind die Kinder zum Abendessen gegangen. Das war bei den Sternsingern. Bis morgen. Ja, ich kann auch zwei Sachen lesen, dann ist es so ein Kapitel zu Ende. Liebes Tagebuch, 10.01.05. Heute war der erste Schultag im neuen Jahr. Das war schön. In der Stadt zu haben wir über die Flugkatastrophe gesprochen. Am Nachmittag haben Mama und ich meine Brille abgeholt. Abends war ich im Tanzen. Bis morgen. Liebes Tagebuch, heute hat die Schule Spaß gemacht. Ich habe nämlich neue Kammfische. Namen haben sie noch keine. Dann waren wir beim Arzt. Bis morgen. Abends. Genau. Jetzt letzter Eintrag. 16.08.05. Liebes Tagebuch. Heute waren wir im Legoland. Das war toll. Ich war in verschiedenen Vorstellungen. Im Dino-Grill waren wir gegessen. Das hat geschmeckt. Es war alles sehr schön. In Miniatur Wunderland hatte das Lego Team die Allianz Arena nachgebaut. 30.000 Menschen im Stadion und ungefähr 3.000 vor dem Stadion. Das war's. 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 Vielen Dank.